Wenn der Block, der was jetzt da vor mir steht, ist da noch irgendwer dabei, der hier in Lambach ins Wochenende abtreten will. Hand hoch! Passt! Der Block da drüben, der was jetzt ein Gepäck hat. Da ist irgendwer noch dabei, der was den Transport nach Ried will. Und da wollen sie alle da ins Wochenende gehen. Die, was Transport nach Ried wollen, Gepäck ausnehmen. Wir haben nichts gehört, passt. Wir haben den Block da drüben. Der Block schließt der Kling. Der Block da drüben. Gut, meine Herren, jetzt noch zum Schluss gut aufpassen. Das ist wichtig für Sie. Die Angelobung war tadellos. Aus einem weiteren Grund, ebenfalls noch, sehen wir uns nicht am Sonntag um 24 Uhr. Ich wiederhole einmal, nicht am Sonntag um 24 Uhr. Außer die, die mich unbedingt am Sonntag um 24 Uhr sehen wollen. Der Rest, Montag 06.30 Uhr. Ich wiederhole nochmal, Montag 06.30 Uhr. Alle hantieren dort, adjustiert, fix fertig in der Kaserne. Frühstück bereits abgeschlossen. Montag 06.30 Uhr. Warum das Ganze? Ich habe immer versprochen, wenn die Leistung passt, bei der Angenommen, da gibt es ein Zuckerl. Deswegen die Überzeit von Sonntag auf Montag. Zweiter Grund, die Dienstplanleser wissen mehr, nächste Woche vom Mittag auf Donnerstag, 24 Stunden Kampftag. Sie haben jetzt Ihr Gelöbnis abgeleistet. Das heißt, wir werden im Rahmen von einem 24 Stunden Kampftag von der Waffe dann erst vorlieg draußen im kleinen Gelände Gebrauch machen. Das heißt, am Wochenende für das nochmal Energie schöpfen. So wie ich es immer sage. Am Wochenende aufpassen, kann Blödsinn machen, nicht zu furcht gehen. So dass ich am Montag um 06.30 Uhr meine Kampagne gesund und geschlossen wieder beieinander habe. Der letzte Takt für jetzt, bevor man abdreht, in einem würdigen Rahmen. Ich möchte mal ein paar ordentliche Bataillonrufe hören. Wir haben das schon mal gehabt bei unserer Veranstaltung vor 14 Tagen. Jetzt heißt es wird von mir wieder kommen, dass es tapfer ist. Und da möchte ich ein paar ordentliche Standhaft und Treue hören. Und da wirklich fühlen sich jetzt Wohkele gegen keiner. Hab Angst! Tapfer! Schade auf und treu! Tapfer! Schade auf und treu! Tapfer! Schade auf und treu! Ja, wo ich war. Kommt mal nie. Wollt! Jetzt im Anschluss wird der linke Block abdreht den Wohkele mehr lehren. Ich wünsche euch ein Wohkele. Gepäck aufnehmen und dann schnellstmöglich weg, dass der andere Block dann abrücken kann zum Großraumbus. Kommando gilt nur für den linken Block. Atem, ach! Auf, ab! Hop! Bravo! Ihova, dich Schreinigstrafon Oh gut, Lachimaa Schrein Schreinigstrafon